hallo meine lieben ja ihr habt schon mitgekriegt auf meinem kanal geht es auch zwischendurch um was zu essen und da wollte ich euch das hier nicht vorenthalten als ich jetzt im anfang des jahres im thailand urlaub war habe ich thailändisches barbecue kennengelernt und das seht ihr da man kann oder man sollte sogar unten brühe reinkippen und obendrauf auf diesem kleinen alu berg denn dieser schüssel ist kann man sachen anbraten das ergibt natürlich eine wunderbare soße weil dieses ganze fett und alles was da von dem fleisch runter läuft und in dem such landet in dem man sich noch nudeln kochen kann jetzt ganz cool gemacht erinnert so ein bisschen an den biergarten in deutschland man sitzt da ganz entspannt kann mit freunden essen noch mir schmeckt ja falls euch so eine videos auch gefallen lässt mir einen daumen da abonniert den kanal und bis denn dann ciao